Wir haben ein paar besondere Sachen bekommen und unter anderem da die Melonen, die ich natürlich auch sofort angepflanzt habe. Aber obwohl ich noch die Plattform in eine Richtung erweitern wollte, wir wollten eh noch einen Verzauberungstisch haben. Wäre ja mal ganz praktisch. Boah, ich dachte gerade, da brennt, aber es ist alles nur voll mit Bienen. Überlegt, wie viel Leder da ist, wenn mit echtem Leben wäre. Was für eine gigantische Trinkflasche. Oh ja. Oh ja. Es ist schon allgemein irre, was man so alles an Tieren mittlerweile schon platt machen musste. Deswegen, meine Güte. So, dann machen wir gleich weiter. Ja, ich würde gerne einen Enderman. So, das ist zum Verheizen. Wir haben schon wieder Tierfett, mit dem ich nichts anfangen kann. Ein Leder, aus dem können wir ein Buch machen, theoretisch. Wir hatten die ganze Zeit noch Leder da. Okay. So, noch mehr Kies. Wir brauchen, wir brauchen Eichenplatten. Noch mehr. Dann brauchen wir jede Menge Quarz. Vielleicht auch das mal gucken. Was ist Marien? Die Frage, welches davon? Und dem haben wir am meisten. Wobei, das kann man auch als Deko noch verwenden. Gar kein Problem. Nehmen wir mal alles mit. Ähm... Das kann man nur warten. Ja, genau. Okay. Gucken wir mal, was war da... ...zusammengezaubert kriegen. So. Plop, 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 plop. Finde ich cool. So. Och, Enderman. Geh mir nicht auf den Sack, Mann. Und sonst, du, wie geht's dir so? Alles klar bei dir? Und hallo, Roger. Da kommt der Heim nicht reingeschlichen. So. Das reicht mir noch nicht. Oh, Juck. Nee. 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 Auf den Sack. Was ist denn? Gut. Meine Güte. Keiner will mehr. Bestimmt. So. Hier ist eine schöne Mitte. Wir fangen jetzt eben an. Ich kenne noch ein paar Seelaternen. Aber ich fürchte, da fehlen uns hier Prismarink-Charts für. So. Ich bin genau. Das ist okay so. Noch mal das aber 5 breit, weil ich werde dann da schon gerne noch einen Zaun dran, dass wir hier nicht runterfallen. Und dann müssen wir mal gucken. Na, Roger, alles klar bei dir? Was war denn hier? Ich brauche mehr Holz. Wir können das nicht so lassen. Holz, 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 Holz. Klingt so ein bisschen wie Bobcat, ne? Wo war das nicht gemeint? Wo war das gemeint? Und dann macht man das aber... 1 weiter noch. kommt mich jährig in der mitte sozusagen das noch eins nach außen das ist aber auch praktisch 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5. So, das ist die und mit der arbeiten wir jetzt, weil jetzt kommt der Boden und ja, ich glaube ich hätte den gerne fancy, obwohl ich wollte das eigentlich auch schon als Dach benutzen, vielleicht als beides, mal gucken, vielleicht rechts ja. So, erstmal 94 Twitch-Accounts machen und Follows reinhauen. Was? No! Ich meine, ich habe einen Block drauf, aber warum? Oh, okay. Wir machen uns auch nicht zu hoch. Ich habe ein bisschen Angst immer noch, Höhenangst und so, das ist hier wirklich echt warm und so weiter. Hast du gerade das Follower-Ziel gesehen? Das muss warten. Ja! Da sollte das gar nicht hin. Ja. Wir werden es hier auf jeden Fall auch noch beleuchten, so ist es nicht. Hier kommen auf jeden Fall noch Leuchtkörper. Hier haben wir noch ein paar. Wir haben aber noch die Pilzlichter, mit denen weiß ich eh nichts anzufangen. Oder statt der Pilzlichter, wir haben auch noch Glowstone. Aber ich glaube, da wären mir die Pilzlichter lieber. Da steht was von Face Reveal. Ich bin immer neu hier. Ich stehe aber auch, wenn manche jetzt nicht so blühen. Ja, genau deswegen habe ich aber tatsächlich, äh, das wird, also, ja, das mit dem Face Reveal, äh, blablabla, blablabla. Mit dem Face Reveal, das meine ich tatsächlich ernst. Also, es ist, sonst, sonst hätte ich das Ziel nicht, äh, ne, sonst würde ich das ja gar nicht machen. Sonst würde ich das ja gar nicht machen. Äh? Vielleicht? Oder machen wir es oben? Ja, die da unten. Bücherregale, kein Problem. Die Verzauberung, der Verzauberungstisch in die Mitte. Gut, ähm. Nehmen wir mal die Quarzblöcke. Ich muss hier nämlich hoch. Ich muss jetzt noch überlegen, wie wir das dann hier machen. Also erstmal brauche ich, glaube ich, doch nochmal ein bisschen Platz. Jetzt reicht nicht. Okay, ich schmeiße ihn mal kurz hier mit rein. Ganze Kohle da mit rein. Und dann, genau. Machen wir uns den hier mal. Licht. Mal gucken. Weil ich möchte schon gerne mit Prismarin arbeiten. Wir haben noch ein bisschen was übrig, das finde ich gut. Darf auch gerne ein bisschen bunter sein, das ist okay. Äh, aber vielleicht auch so ein bisschen mit Quarz noch. Mal eventuell sich die Quarzstufen noch macht. Wir probieren mal, ne? Wir probieren einfach ein bisschen rum. So. Ich würde sagen, wo sind die Säulen? Da sind die Säulen. Die machen wir noch eins höher. Bip, blip, blip, blip. Ich vergesse immer, wie weit man hier springen kann. Oder noch eins höher. Ja doch, noch eins höher. Aber dann kommt die hier hin. So. Mal drumherum. Und dann ist das eigentlich ganz so schlimm. Ein paar dorische Säulen oder so. Mal gucken. Ja, ich zeig mich hier noch nicht kommunieren. Das vom letzten Mal auf dem Discord war eine Aussage, was ich nicht gesagt habe. Hattest du dich mal gezeigt? War ich dabei? Nee, oder? Oh nein, dann habe ich das ja verpasst. Habe ich? Oh Gott. Hm, Gedächtnis. Hey? You sure? Ja, ja, wirklich ein kacke Gedächtnis. Das ist wirklich so. Endlich, ich einfach so. Wollen wir mal gucken? Erst mal so. Ah, okay. Ja, ähm. Ja, bestimmt. Wie gesagt, ich erinnere mich echt nicht mehr. Das ist so. Aber ich kenne es, ich bin auch immer sehr neugierig, ne, und bin aber, wie gesagt, Gedächtnis wie ein Goldbüsch und, ähm. Yeah. Passt schon. Ja. No. obwohl es ja eigentlich irgendwo auch eben einfach bei der suchleiste von tschechien alles klar gut danke also leute wer jetzt wissen wir wie roger aussieht nein 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 das ist tatsächlich auch gar nicht mein server und das war es jetzt wird das schon unter doxing ich hoffe nicht wenn doch tut mir echt leid gerade es sollte nur ein scherz wirklich reichen wir haben einfach nicht genug material oder müssen jetzt hier doch auf auf quarts noch mal umsteigen warum eigentlich nicht aber so ein kleines geringeltes doch sozusagen aus quarts und trismerin wir brauchen noch ein paar davon noch noch ein paar ja so so und 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 dann einen da und den fertig ja und das ganze sieht doch schön aus ich finde es hat was wo es von den katzen liebe grüße zurück das kommt mir so vor so was ja wir wollen wir das mal das weit weg und holen unser verzauberungskram hier auf dem bahnhof hier das ist einfach gerade viel durchlauf ich hoffe wir kriegen noch ein paar mehr prismarien kristalle weil ich würde sehr gerne noch ein paar laternchen bauen es ist gerade dunkel und es regnet kommen das ist unangenehm draußen die pende runde das klingelt und fallruf an es klingelt noch mal fall immer noch am zähler von platzen machen randale muss man lieben das ist doch schön so jetzt mache ich etwas was ich hier die ganze zeit schon nervig fand das dach reparieren viel besser also zumindest von innen und außen sieht es immer noch kacke aus aber was sollst hallo pflegi klub 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 ja komm roger guck mal ahoy kapitän roger guck mal wir haben ganz viele kleine bienen nein sind die und verschwinden gerade warum ich kann sogar nichts zu bestäuben hier und wir haben wir jetzt hier zwei winzig klein und da passen mehrere bienen rein also wir haben jeweils glaube ich 16 hier sind gerade zwölf drin da sind noch zehn drin und wohin die gerade geflogen sind weiß ich nicht aber sie sind wirklich kleiner als die normalerweise in minecraft sind voll süß ja zum zweiten mal lieber doppelt hält besser so wie weit sind wir da kann man schon ein bisschen was machen mit aber es reicht doch nicht wir brauchen mehr papier hallo fledermaus und vor allen dingen wenn die dann halt alle mit dem mahl rauskommen um hier die pflanzen zu bestäuben das sieht so knuffig aus hallo bieschen alles ok gut hauptsache geht's gut ich glaube ich würde hier gerne was mit erde austauschen damit wir hier mehr zuckerrohr anbringen können ja noch mal ein bisschen press marie insofern der uns nicht gerade weg schwimmt er ist noch da so haben wir wissen wir sogar vor ist gar nicht so schlecht hier so könnte man das dann auch hier machen so da auch so nicht wegfallen so gesehen ist das jetzt kein vernünftiger fischteich mehr weil so viele fische sind ja auch nicht mehr drin drüben ist einer ist das der einzige von allen fischen ist der kabeljau der letzte wir haben sonst keinerlei fische mehr hier drin doch nee da ist noch einer und da auch ok wir haben drei kabeljau hier drin der rest ist alles weg ja moin haha der hier geht mir ein bisschen noch näher guck mal dahin da die sind immer so cute wenn man sieht wie friedlich sie an dem hohen land ich mag sie auch sehr und hummeln ich bin riesengroßer hummelfan die hat dem den 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 so weit Ich frage mich ja immer noch, ob das stimmt, dass Hummeln eigentlich nicht flugfähig sein dürften, weil irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, weil sie fliegen ja, sie sind vielleicht nicht so aerodynamisch, aber sie fliegen, so die rastliche Erde kam hier wieder rein Hallo ihr Kühe, Hallöchen ihr Kühe Hallo Kuh Hallo Kuh Und eine Muschule So, ich glaube wir haben alle Mittlerweile haben wir ein paar Maultiere Beide Zombie-Pferde Ich bin so was von happy Aber wir brauchen, sorry Wir brauchen Leder Und es ist auch sowieso sehr voll hier Das ist ja Tierquälerei, deswegen müssen wir ab und zu mal hier aus tun Das tut mir leid Ah, so sind wir die Muscheln Ah 1, 2, 3, 4, 5 5 5 geht nicht 1, 2, 3, 4, 5 Wir behalten die Zahlen, bitte schön gerade, ne, von den Erwachsenen Mal wieder ein bisschen Leder Das ist gut, jetzt müssen wir eigentlich nur noch aufs Zuckerrohrwachs erwarten Und nicht immer noch Schnee Hiech So Haben wir ja auch nicht mehr viel übrig Und ich glaube ein paar Sachen müssen wir einfach mal wegwerfen Ähm Eine Sache, ne Von wegen, ähm Bruchsteingenerator Habe ich nicht hingekriegt Ich habe keinen Bruchsteingenerator hingekriegt Wir hatten zwei Lava Eimer In beiden Fällen habe ich es verkackt Ja Hier darf man keine Lava anvertrauen Wir haben jetzt keinen Bruchsteingenerator Wir haben Äh Zweimal obsidieren gemacht Dann mit Ja, so Cheat happens Ach ja Und einer von den Monster Guards Eine von unseren Angriffsbienen Die wir zwischendurch mal hatten Das war ein Riesenschwarm Hat sich unserem Bienenschwarm angeschlossen Das heißt also Eine von den gegnerischen Bienen Ist jetzt eine von uns Hallöchen, meine Damen Das sind auch schon wieder recht viele, ne Sorry Sorry Ups Wahrscheinlich, ja Die dachte sich auch so Ach, den Massenhype hier mache ich nicht mit Von wegen Gegner töten Ich, äh, ne Ich bleib lieber hier Hier gibt's Honig Hier gibt's Blumen Hier ist doch schön Yes Bitte keine Creeper mehr Ich hab Angst vor Creepern Wir explodieren zwar unser Zeug Nicht in dem ganzen Ding hier, aber Nicht die Pferde Nicht die Pferde Lass die Pferde überleben, bitte Oh nein Geh da weg Du stürzt sonst Ja, never mind Ich warte lieber, bis sie hier fertig sind Das war ein Creep Oh Ein verzauberter Eisenhelm Mit Schutz 1 Cool Okay Nächste bitte Sehr gut Ich glaube, dass mit den Pferden hat sich erledigt Es ist kein Züglich Wir sind Level 10 Stimmt, aber wir waren mal so weit mit dem Sonnenlevel Wir haben Pferde Ja Keine Skelett Pferde für uns Das will ein, soll einfach nie sein, habe ich einen Eindruck Das soll einfach nicht sein Noch ein? Das hier ist auch nicht so viel Drei Segen